Wenn ich den stinknormalen Tourenschuh meiner Oma zeige, niemals glaubt mir die, dass der 900 Euro kostet. Ich weiß natürlich, weswegen ihr da seid. Let's fucking go. Ich freue mich drauf. Übrigens, so wir werden jetzt gleich mal da das Fenster öffnen, was ich gleich dazu sage. Wir beginnen mit Represent. Ah, ein paar Dinge vorweg. So, Represent, Klo. Ah, das Internet ist ja heute wieder besonders schnell. Super, das freut mich ja. Sehr überlastet, weil zu viele Zuseher sind wahrscheinlich. Übrigens, Leute, mir ist natürlich bewusst, dass 2000 Euro viel sind. 2000 Euro, wenn man das umrechnet, was das wert ist. Das ist zum Beispiel ein halber Ferrari-Spoiler oder eine 6 Liter Wodka-Flasche oder 20 Minuten im teuersten Hotel der Welt. Von dem her ist natürlich viel Geld, was wir da heute ausgeben. Das ist mir natürlich bewusst. Vorab, ich habe aber schon einiges erledigt. Ich habe nicht nur vor, einiges zu kaufen, sondern ich habe mir auch noch einen Bitcoin gekauft nebenbei. Das nochmal vorweg. Und was ich auch noch gecheckt habe, jeder von euch kennt die Dior Jordan, oder? Die gibt es ja auch als Low. Das sind nicht die Low, sondern das sind die Low. Wie findet ihr die? Findet ihr die nice? 1039 zu sehr. Absolute Ehre. Findet ihr die nice? Die kosten halt, keine Ahnung, 15.000 Euro. Ich habe aber eine Alternative gefunden. Und zwar die auf Cop Room sind die. Ich habe mir die schon gecheckt. Also mein Plug Official Syrup. Ich habe schon fast das Gefühl, als würde uns das Internet halt ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Und zwar heißen die Jordan Paris, glaube ich. Das ist eine gute Alternative zu diesem Schuh, finde ich. Das ist er. Der schaut so ähnlich aus, finde ich. Auch sehr clean. In so einem Grauton, seht ihr das? Also er fängt da so leicht gräulich an und wird bläulich. Der kostet hier auf Cop Room, ja um die zwei, ja schon relativ teuer. Also zwischen 270 und 300 Euro. Ich habe mir den vorab schon bei meinem Plug gecheckt für 210 Euro. Das ist also das erste Schupa, was wir uns schon gekauft haben quasi. Ich würde jetzt direkt zu Represent gehen, denn ich habe Bock auf ein paar kurze Hosen. Das hätte ich mega gerne gehabt, das Shirt. Das wurde restockt, aber unmöglich das zu bekommen. Das war nicht mal auf der Seite angezeigt und trotzdem instant weg. Habe ich nicht verstanden. Aber ja, schauen wir weiter. Und zwar finde ich für den Sommer halt mega praktisch. Die ist sogar relativ günstig auch, unter 250 Euro. Das ist so eine kurze Cargo-Pants. Die finde ich sehr nice, Freunde. Was sagt sie zu der? Die würde ich mir auf jeden Fall gleich mal in den Warenkorb hauen. In meiner Größe. Ich habe M. Oder habe ich Large? Large habe ich. Add to Basket. Passt, haben wir schon mal im Warenkorb. Gut, die schwarze finde ich schon mal cool. Die gibt es aber auch in so einem ganz neuartigen Camouflage. Internet heute in ganz Wien mega langsam. Auch am Handy ist mir aufgefallen. Das spielt uns nicht sonderlich in die Karten. Aber die gibt es halt auch in diesem Colorway. Sie haben mehrere Colorways von diesem Camouflage. So zum Beispiel normales Camouflage. 7 von 8, 8, 10, 2. Okay, last. Du weißt anscheinend nicht, wie viel viel ist bei 1 bis 10. Die ist auch nicht so schlecht, aber ich feiere die eigentlich viel mehr. Ich kann mir die schon sehr gut vorstellen mit so einem schlichten weißen Shirt und vielleicht auch weißen Sneaker. Gibt es auch noch in Large. Die haben wir auch gleich dazu. Die kostet 172. Das heißt, die ist ein bisschen teurer. Wir sind jetzt schon bei 327 Euro. Gott sei Dank hat Represent einen Easter Sale. Da kriegst du 20 Prozent, was ich gesehen habe. Also die zwei Hosen nehmen wir mal safe. Sind die Taschen nicht lästig? Nein, das geht schon. Mich nervt nur ein bisschen, dass du keinen, wie bei der anderen, so einen Verschluss hast, wo du mit so Bändern und so einem Gummizug zuziehen kannst, sondern da ist halt so ein Knopf, den du zumachst. Das finde ich ein bisschen kacke. Also das wären mal die Hosen, die ich euch auch empfehlen kann. Ich weiß, die sind nicht günstig, aber sie sind halt schon sehr nice. Young Hörn, Leute. LOL. So lost, wer Young Hörn sagt. Heißt, was ist mit dem Internet heute? Das ist ja ärgerlich. Ui, da gehe ich gleich mal aus dem Handy mit dem WLAN raus. Flugmodus, derre. Weil heute schlechtes Wetter ist. Es sind wahrscheinlich alle draußen und das Internet packt es nicht. Okay, also die zwei Hosen haben wir mal safe am Start. Sonst taugt mir eigentlich keine von denen. Die wäre noch nice, aber so eine habe ich schon. Easter 20 geht leider nicht auf die Hosen. Nein, das geht nur für ein Sale oder was? Da haben wir jetzt noch ein Shirt. Ich weiß nicht, zur Jacke habe ich nicht Bock. Ich möchte auf alle Fälle, dass der Sommer kommt. Also da brauchen wir auf jeden Fall Shirts. So Jacken ist jetzt die falsche Zeit. Der ist ausverkauft. Da habe ich das Shirt. Das war auch mega nice. Das ist diese Kamagawa-Kooperation. Das ist irgendwie so eine... Wie heißen die? So eine Kamagawa. Die helfen halt Tieren. Wie ein Volksschüler erkläre ich das gerade. Ich finde das mega nice. Das kostet 105 Schnäppchen quasi bei Represent. Das nehmen L. Large, Add to Basket und Gamer. Zack. Hammer drin. Sehr gut. Dann schauen wir gleich weiter. Tierschutzorganisation. Dankeschön, dankeschön. Ja, eine Tierschutzorganisation. Sonst weise nicht, Freunde. So ein Basic-Shirt ist nicht unbedingt mein Fall. Don't know. Fühle ich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht noch eine Hose. Ja. Nein, die, die, na. So lange, ich weiß nicht, Freunde. Fühle ich jetzt gerade nicht. Die schwarze vielleicht. 228. Nein, da kriegen wir heute noch Schnäppchen. Ich glaube, die Hosen hole ich mir billiger irgendwo. Ich will auf jeden Fall die zwei kurzen haben. Schuhe wären auch eine Überlegung wert. Ob ich Represent-Schuhe mir gönnen soll. Die habe ich überlegt. Die kosten 251. Diese Alpha-Log-Canvas. Sollen aber mega ungemütlich sein. Gibt es die meiner Größe? Sold-Out. Vergiss. Sold-Out sind weg. Gut, dann nehmen wir mal die drei Sachen aus dem Warenkorb. Gehen wir zum Check-Out. Jetzt ziehe ich das kurz mal rüber. Okay. Den Hoodie wird es auch noch geben. Nein. Hoodie Sommerzeit ist vorne. Proceed to Check-Out. Hat irgendwer einen Code? 432 Euro. Ihr müsst es übrigens mitrechnen. Ich ziehe das mal kurz darüber. Ich brauche übrigens, wenn der mitzählt, Freunde. 2000 ist die Grenze. Ja, ich will halt nicht mehr ausgeben. Jawohl. PayPal natürlich. Na sicher. Perfekt. Hat funktioniert. Gut. Represent. Erledigt. Freunde, rechnet es mal zusammen. 451 Euro sind auf jeden Fall schon mal verprasst. Okay. Gut. Dann schauen wir da weiter und gehen direkt auf fartech.com. Ich habe wegen den Dior-Sneaker, Leute. Dior kriegt man ja nicht auf Farfetch. Also wenn wir jetzt mal auf Dior gehen. Ich habe ja überlegt, ob ich mir den holen soll. Den B22. Aber ich habe halt jetzt wieder überlegt. Also ich bin halt jetzt wieder überlegen, ob ich nicht stattdessen den nehmen soll. Den feiere ich nämlich schon ewig lange, aber ich weiß nicht. Also entweder den oder der B22. Den da, den da oder den, den ich euch gerade gezeigt habe. 900 Euro ist halt schon mega viel. Für 900 Euro kriege ich halt drei Shirts. Wisst ihr, was ich meine? Eins. Ja, ich glaube, ich nehme eher den B22. Also entweder zwei oder drei. Ich glaube, ich nehme ziemlich safe den B22. Aber ich kann mich halt nicht entscheiden. Okay. Wisst ihr was? Wir verschieben die Entscheidung, ob wir die Schuhe und welche Schuhe wir nehmen, bis wir mal Shirts und so weiter eingekauft haben. Jetzt sind wir mal da bei Fartech. Wir gehen auf T-Shirts, weil für den Sommer brauchen wir eindeutig T-Shirts. Wir werden die Designer auswählen. Die haben wir gestern schon ausgewählt. Also wir haben Amiri drin. Wir haben Balenciaga drin. Fendi haben wir drin. Aber Fendi gab es jetzt nicht so viele coole Sachen. Gucci haben wir drin. Aaron Preston zahlt mich eigentlich gar nicht so. Ist nicht so wirklich mein Fall. Feiere ich nicht, das ist immer zu einfach. Bei M war irgendwas? Bei M? Moncler nah. Off-White haben wir drin, weil da gibt es ein Shirt. Das kostet irgendwie 560 Euro. Da habe ich schon überlegt. Palm Angels haben wir drin. Prada haben wir drin. Root haben wir drin. Das erinnert so an eine Frauenhandtasche. Represent haben wir auch drin, aber können wir eigentlich rausnehmen, weil wir jetzt eh schon was von Represent haben. Dann haben wir noch Saint Laurent drin. Travis Scott Astroworld können wir eigentlich auch noch reingeben, oder? Ja, V für Vetements haben wir auch drinnen. Und dann haben wir... War da noch was? Nein, das war's. Gut, wir haben alles gefiltert. Schauen wir mal durch. Also da erste Reihe fühle ich mal gar nichts. Dieses hellblaue T. Stone Island kommt nicht in Frage, nein. Mit dieser Taube, ich glaube das soll seine Friedenstaube andeuten, ist nicht unbedingt mein Fall. Root Shirt, relativ günstig für 179 mit diesem Wolf, gar nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, feiere ich nicht wirklich. Da gibt es ein Amiri Shirt, 1549 haben wir noch zum Ausgeben, okay passt, perfekt, danke. Da hätten wir dieses Amiri T-Shirt. Wie feiert ihr das? 1 bis 10, ich finde das eigentlich ganz nice. Für 300 Euro kann man schon mal einen Schnapper machen eigentlich. Aber da gab es noch ein anderes. Aber wir werden es so machen, ich lege mal ein paar Dinge in den Warenkorb. In welcher Größe? Ich habe noch nichts von Amiri. Large. Ich habe 90 Kilo und bin 1,81. Soll ich Large machen? XL? Nein. Ich nehme Large. Sicher, sicher. Wenn es nicht passt. 517, save nicht. 517, ihr könnt es mich am Ohr schlecken. Save nicht 517. Gehe für das Shirt aus. Das will ich haben, aber das will ich in Weiß. Das finde ich mega. In diesem Mastercard-Design sehr, sehr nice. Ich glaube, da nehme ich sicherheitshalber ein M. Nice, Digga. Oder ein L. L wahrscheinlich, gell? Ja, nehmen wir das in L. 450 bis zu Depp. Jetzt haben wir gleich mal fast 1000 Euro. Und wir haben nur ein Shirt, aber... Okay, passt. Gut, dann haben wir mal das erste im Warenkorb. Ganz schön teuer, Leute. Ganz schön. Das feiere ich ja auch von Vetements. In diesem Weiß. Aber das ist halt mega oversized. 374 in meiner Größe. Ich muss, glaube ich, ein S nehmen, weil das ist mega oversized. Ich hau es mal in den Warenkorb. Wir können nachher noch aussortieren, was zu teuer wird. 824 Euro schon. Lecko mio. Gut. Also das ist nicht schlecht. Was haben wir noch? Das ist nicht so mein Fall. Das ist auch nicht so mein Fall von Palm Angels. Dann geht es um Schneider. Save. Ich kaufe meinen Shirt um 450 Euro und dann lasse ich es umschneidern. Da, wie schon gesagt, wenn ich mal da die Haare aufmache, einen Hut aufsetze, dann schaue ich aus, als wäre ich so ein Gondoliere in Venedig einfach mit dem Shirt. Off-White. Die meisten Dinge einfach lost von den Designs, wie schon gesagt. Das ist so ein cleaner Look, aber da gibt es noch ein weißes davon, wo da einfach der Aufdruck hinten ist. Das feiere ich mehr. Gucci weiß ich nicht. Das ist immer zu, nicht so mein Fall, das ist immer zu plakativ. Das ist einfach mega geklaut von No Fear. No Front an dieser Stelle. Dieses Shirt habe ich schon als Sweater, so eher oversized, schon sehr, sehr nice. Da ist ein Rude-Shirt. Danke, Mann. Oh, Sven hat 50 Euro raus. Das ist auch wieder so in diesem Marlboro-Design. Diese Hose haben wir irgendwo schon gesehen bei irgendjemandem, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, irgendein Rapper. Aber die ist nicht mein Fall. Ich glaube, die ist von Palm Angels oder so. Aber das gibt es für 160 Euro? Ja, trotzdem nicht. Sugarland. Oh, mit einer Schlange hinten. Das ist so ähnlich wie P so ein bisschen. Seht ihr das? Mit dieser Skeletonschlange. Gucci-Argasmic fahre ich auch nicht so wirklich. Philipp, line lost. Niemals, Leute. Das ist so doppelt gemoppelt. Das sind zwei Scherz in einem. Nicht wirklich so meins. Off-White. Nein, nein, nein. Das würde ich cool finden, wenn hinten dann noch die Städte draufgeprintet werden, wo Palm Angels überall seine Stores hat. Ist aber bei dem nicht. Kenzo? Nein, Leute. Kenzo ist absolut nicht meine Marke. Das finde ich eigentlich ganz nice, aber ist das deren Ernst, dass die 489 Euro für dieses Shirt verlangen? Also das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich hätte gerne so eher was Schlichtes von Amiri. Da gibt es ein Shirt, das haben wir gestern schon gesehen, das war echt des Todes. Ja, Gucci, das habe ich noch nie verstanden. Mit so Mickey Mouse und den ganzen Figuren, das ist mir zu verspielt. Aber in diesem Colorway gibt es ein paar Am Angels Shirt, das werden wir uns auf alle Fälle holen. Das ist cool. Mit dem Falken von Rude ist das. Auch der Fit, den finde ich sehr nice. Das würde ich in Large nehmen. Für 200. Okay. Large. Größten Tabelle. Steht da nirgends, was das Model trägt. Und wie groß das ist, schade. Würde ich wenn dann in Large nehmen und mal in den Warenkorb. So, also drei Sachen haben wir schon im Warenkorb. Und wir sind schon auf über 1000 Euro. Das heißt, wir haben jetzt schon 1500 Euro. So, aber wir hauen jetzt mal Dinge rein, die uns gefallen und nachher sortieren wir dann nochmal aus. Amiri, ja, nein. Den Colorway fahre ich ja gar nicht in diesem Braun. Und vor allem der Schnitt von diesem Shirt. Palm Angels. Ja, dieser klassische Spruch von Palm Angels. They will ignore you until they can't. Ich weiß nicht, warum die das einfach immer noch auf ihre Shirts printen. Der wäre schon langsam mal eine andere. Da ist es. Ich glaube, das ist es. Mit dem Print hinten. Ja, wohl. Das nehmen wir safe. Large. In den Warenkorb. 100%. Das feiere ich. Das ist mega nice. Das feiere ich. Was sagt ihr? Chat. Wie viel von 10? Das weiße? Bombastisch. 9, 10 Jahre seid ihr bei mir. Safe. So ein einfach schlicht. Amiri hinten drauf vorne. So ein leichtes Printing. Feier ich des Todes. Finde ich sehr cool. Gut. Fendi. Nein. Prada auch nicht zu meinem Fall. Übrigens werden wir bei MEM vielleicht Polo-Shirts rausbringen. So Obersize-Polo-Shirts. Finde ich cool. Da gibt es das Shirt auch noch in schwarz. Auch nicht so schlecht. Also Leute, wer sich das holen will, ich bleibe aber bei weiß. Was gibt es noch? Ja, die Farbe feiere ich prinzipiell ja schon, aber ich fühle halt auf weit aktuell nicht. Da ist das, was wir uns schon geholt haben. Jetzt, wo ich aber so überlege, in schwarz ist es vielleicht doch nicer. Ich glaube, ich hole mir das doch in schwarz. Ah, gibt es nicht mal. Okay, vergiss, dann nehme ich es hin. Dann behalte ich es so, wie ich es habe. Hat irgendwer einen Rabattcode eigentlich. Das wird gestört. Dann sparen wir uns nämlich 200 Euro oder so. Mein T-Shirt ist von Huffreunde. Das ist eine Skate-Marke. Aber ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das habe ich in irgendeinem Skate-Shop geholt. So, schauen wir da weiter. Ich bleibe bei Shirts. Ich suche das Palm Angels Shirt in diesem Colorway. Fear of God, weiß ich nicht. Das ist mir zu oversized mit diesen zu langen Ärmeln. Ich meine, das Palm Angels, was wir uns dann nachher anschauen, das ist eh auch sehr oversized. Muss man sagen. Gibt es da noch so? Ja, das da. Da ist es. 280 Euro geht eigentlich klar. Also das nehmen wir auf jeden Fall. Aber welche Größe? M, oder? Der letzte Artikel in den Warenkorb. Let's go. So, wir sind schon bei 1700 Euro. Alleine mit den Hosen, die wir gekauft haben, sind wir schon auf über 2000 Euro. Ui, 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 Freunde. Was gibt es da noch? Ja, so leicht Cowboy-mäßig. Auch nicht so schlecht. So ein einfaches Gucci. Ja, I don't know. Waren noch nicht so viele nice Gucci-Sachen dabei, ehrlich gesagt. Babe, fühle ich nicht, Freunde. Babe, fühle ich nicht. Das Balenciaga-Tee, so leicht im Vetements-Style. Ja, Freunde, könnt ihr euch mich in so einem Netzhemd vorstellen? Cool, oder? Das wäre doch was. Na sicher. In so einem Netzhemd, im Foga, mit der Wodka-Flasche. Schaut sicher besonders sexy aus. Aber so viele nice Sachen, finde ich, haben die gar nicht. Die Orsha, da ist das off-white-Tee. Das ist halt gestört, Leute. Mit diesem Graffiti-Print. Das ist mega nice. Aber es kostet halt einfach in meiner Größe. Ja, in meiner Größe gibt es das eh nicht mehr. Aber das ist wirklich, wirklich nice. Schau mal Chivon-Chi. Nein, ist nicht meine Marke. Habe ich erst vor kurzem mein Shirt verkauft. Das ist mega nice. Gibt es aber leider nicht mehr in meiner Größe. Das Gucci mit der Katze, oder? Das könnte ich der Lara kaufen. Die checkt dann nicht mal das Gucci. Obwohl da fett Gucci draufsteht. Da wette ich was. Off-white-Skeleton. Das haben die da gar nicht auf Farfetch. Aber das wäre nice. Das Off-white-Skeleton ist nice, ja. Das Amiri, das Cleaner, ja, don't know. Jetzt sind wir schon auf der letzten Seite, Leute. Dieses Gucci-Tee habe ich überlegt. Das gibt es in zwei Farbvarianten. Feiert sie das? Chat, 1 bis 10. Ich finde das ganz okay eigentlich. Aber ich weiß nicht, wie oft ich das anziehen würde. Das erinnert mich einfach an diese klassischen Club-Baller, die im Club einfach 15.000 Euro ausgeben für irgendwelche Flaschen. Okay, Chat, eindeutig der Meinung, dass es eine absolute Katastrophe ist, dieses Shirt. Passt. Verstanden, Räune. Und ansonsten. Gibt es eigentlich eh nichts mehr. Dieses Shirt haben wir da gestern noch gesehen. Was? 708 Euro? Bist du gestört? Für ein Shirt 708 Euro? Niemals. Ah, wir haben jetzt eh schon einiges im Warenkorb. Gut, Leute. Wir haben jetzt im Warenkorb... Also wir haben jetzt zum einen mal die zwei Hosen bei Represent gekauft und das eine Shirt bei Represent gekauft. Jetzt haben wir hier im Warenkorb 1.872 Euro. So, also wir haben hier... Bei Dior wird es halt auch noch Shirts geben. Wir haben jetzt dieses Root-Shirt. Das kostet nur 170 Euro. Ist jetzt nicht die Welt. Dann haben wir noch dieses Amiri-Shirt. Das bleibt mal safe, oder? Das feiere ich von Amiri. Dann dieses zweite Root-Shirt. Das nehmen wir, glaube ich, eher. Dann geben wir dieses erste Root-Shirt weg. Dann das bleibt. Das Amiri-Shirt bleibt. Schau erst Dior und dann kaufen. Bei Dior habe ich gestern... Ja, okay. Ja, aber da kostet ein Shirt 450 Euro und da steht halt nur ganz schlicht Dior drauf. Mehr ist das nicht. Das ist nichts Besonderes, weißt du? Shirts. Da gibt es in der Kooperation... Momentan machte das der Daniel Arsham. Daniel Arsham. Der macht das aktuell und macht wirklich nice Designs. Das stimmt schon. Aha, da bin ich jetzt nur bei den Hemden. Lost. So, meins Fashion. T-Shirts und Polos. Ja, also dieser Basketball, den er gemacht hat, die printen ihn drauf. Das wäre so das Einzige, was ich fühlen würde. Aber für 490 Euro, sage ich, da brauche ich das nicht unbedingt. Nein, da hole ich mir maximal die Sneaker. Da feiere ich die Sneaker mehr. Wir überlegen noch, ob wir uns die Sneaker holen. Okay, also wir haben da das Amirischert, das bleibt. Dann haben wir das Rue-T-Shirt, das kostet 238 Euro, das bleibt auch. Das Palm Angels, das Bunte, muss auch safe bleiben, sage ich jetzt mal. Das Wetmore-T-Shirt, ja, das würde ich auch feiern. Aber das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das würde ich eher noch weggeben. Kostet 3 und das Balenciaga würde ich behalten. Freunde, was meinst du hier? Was muss weg? Eins. Doch so viele für eins? Das Wetmore kommt weg. Okay, ist in Ordnung. Dann haben wir jetzt aktuell 4 Shirts für 1300 Euro. Ja, passt. Finde ich okay. Ewig langer Code, was ich da vorher bekommen habe von euch. Einfügen. Jawohl, hat funktioniert. Nice. 1195 zahlen wir jetzt nur. Mit Paypal bezahlen. Sehr nice. Danke vielmals, Leute. Leute, okay. Wir haben das jetzt auch erledigt. Das heißt, wir haben jetzt 1195 auf Farfetch ausgegeben und 451 auf Represent. Das heißt, bei wie viel sind wir jetzt? 253 Euro hätten wir noch. Okay, okay, kenne mich aus. Ja, dann ist halt die Überlegung, ob wir den holen. Ich meine, der kostet 890. 600 Euro, über 600 Euro über dem Budget. Du hast halt echt Glück, dass hier so eine ehrenhafte Community ist. Gestern bei Justin wurden ihm seine Gegenstände weggekauft. Das ist sowas von ehrenlos. Aber okay. Leute, wisst ihr was? Scheiß drauf. Kaufen wir die, oder? Nein, die B23 hole ich nicht. Ich finde die viel nicer. Ich weiß halt nur nicht, was meinst ihr? Den da oder den da? Eins oder zwei? Das ist die Frage. Ich kann mich zwischen den beiden nicht entscheiden. Ersten. Alle sagen den Ersten. Okay. Aber viele haben gemeint, ich muss die eine Nummer kleiner nehmen. Das traue ich mich nicht. Ich würde die in meiner Größe nehmen. 43. Einfach mal für so einen stinknormalen Turnschuh. Wenn ich dem meiner Oma zeige, da könnte ich wieder die Preise von Outfits erraten mit der Oma machen. Wenn ich den stinknormalen Turnschuh meiner Oma zeige, niemals glaubt mir die, dass der 900 Euro kostet. Das ist gestört, oder? Eine Größe kleiner. Warum? Dann nehme ich aber 42,5. 42,5. Ich habe schon 221 Euro für einen anderen Sneaker noch ausgegeben, fallen wir gerade ein. Also wir sind jetzt schon eigentlich bei 2000 Euro. Das heißt, wenn wir den auch noch nehmen, sind wir bei 3000 Euro. 91% sind einfach dafür, dass ich den nehme. Passt, dann ist die Sache entschieden. Hat irgendwer einen Gutschein-Code für Dior? Ich glaube nicht, oder? Ich nehme den jetzt in 42. Ich habe eigentlich 43, aber ich traue mich, den nicht in 42 nehmen. 42,5. Da kann ich nichts falsch machen. Komplett der Order. Ich glaube, ich spinne, Leute. Ich glaube, ich spinne. So viel Geld für einen Schuh. So. Leute, Leute, Leute. Ich sage es euch. Ich habe noch, das ist der teuerste Shopping-Stream, den ich jemals, also es ist sowieso der erste Shopping-Stream. Aber das ist, ich habe noch nie so viel Geld im Internet ausgegeben auf einmal wie heute. Das sage ich euch. Was? Ich kann einfach nur mit Kreditkarte zahlen? Ich habe gar nicht mehr so viel auf der Karte. Was mache ich denn jetzt? Wieso kann man bei Dior nicht mit PayPal zahlen? Es geht einfach nichts anderes. Pay and Play. Ah, ich habe den Gutschein-Code vergessen. Ich habe den Gutschein-Code vergessen. Geht es noch? Kann ich es noch ändern? Scheiße. Na. Ah, lost. Danke, Mann. Muss ich das irgendwie bestätigen? Mah, scheiß Gutschein-Code. 2 Euro aus. Die meisten gehen wegen Corona ins Alvento. Der Max holt sich eben 3000 Euro Kleidung-Kuss. Ja, so kann es gehen, Leute. So kann es gehen. Danke, Internet auf jeden Fall. Danke, Internet. So, jetzt muss ich da noch diesen Bestätigungscode eingeben, weil sich Visa denkt, ob ich einen kompletten Hooken habe, dass ich einfach Schuhe um 900 Euro kaufe. Senden. Jetzt, ich hoffe, das geht sich halt aus. Ich habe nämlich schon ein bisschen was ausgegeben mit der Karte. Einiges. Bitte, 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 bitte. Ja! Ja! Es hat funktioniert. Wir haben um 900 Euro Schuhe gekauft. Ihr müsst die Schuhe noch einberechnen, die ich vorab schon gekauft habe. Die haben 221 gekostet. Das heißt, wir sind bei knapp 3000 Euro. Ja, hat gut funktioniert. Ja, Maxl, Grenze 2000 Euro. Und was macht der? Er gibt 3000 Euro. Das ist kräßig, Leute. Kläßig. Ui, 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 ui. Oh, jetzt haben wir einfach die Kreditkarte belastet, Paypal belastet. Louis Vuitton. Wenn ich jetzt aber was bei Louis Vuitton finde, was ich gern haben möchte, dann ärgere ich mich. Ich meine, ja, ich könnte es zusätzlich bestellen und dann irgendwas anderes zurückschicken. Was gibt es da? Bags? Nein, ready to wear. Let's go. Ja, das fühle ich jetzt nicht unbedingt, aber noch am ehesten. Das ist wild, oder? Mit diesen vielen bunten Farben, so Colibri-mäßig. Das ist nicht schlecht eigentlich. Das finde ich cool mit dieser Brusttasche. Einfach 670 Euro für das Shirt. Aber das hat auch dieses Monogramm ganz leicht angedeutet, oder? Oder schaut das nur so aus? Nein, da ist das Monogramm drauf. Seht ihr das? Aber 700 Euro für das Shirt, safe nicht. Einfach 1000 Euro für das T-Shirt. 1000 Euro. Niemals. Das schaut aber cool aus, mit dieser abnehmbaren Tasche. Das ist auch noch... Okay. Kostet aber auch 650 Euro. Sau teuer. Das ist auch 800 Euro. Das würde ich... Was ist denn hinten drauf? Ist hinten noch irgendwas? Nein. Oh ja. Nein, fühle ich nicht. Das wollte ich eigentlich haben. Das finde ich sehr cool. Das ist Bombe. Scheiße. Das wollte ich eigentlich haben. No. Gibt es das in meiner Größe? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Scheiße. Ah, not available. Gott sei Dank. Okay. Es gibt es eh nicht mehr. Ja, ich würde sagen, das reicht einmal. Ganz ehrlich, das reicht für heute. Wir haben genug eingekauft. Wir haben genug eingekauft. Wir haben diese